du kommst du erst mal dahin so da kommt die dinge sind noch mal raus nein du kommst erstmal hierhin dann gehen alle erst mal darauf das ist gut problem ist ich habe gleich keine dinge mehr keine ressourcen das heißt wir müssen wohl oder übel unsere panzer jetzt gleich nehmen den muss ich noch abwarten weil dann will ich einmal rüber fliegen wir brauchen neue panzer ganz viele neue panzer und wir müssen leider einmal vor einmal drüber gehen alter ihr sollt keine ahnung etwas machen aber mir nicht in richtung sichtfeld umher düsen dort sagt das ding erst mal kaputt ja komm mach 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 weg den scheiß so und jetzt einmal wieder zurück das langt nämlich ja aber wirklich lang reicht es auch nicht aber wir müssen halt daran ich werde noch ein adler fünf machen ich will diese scheiß mission endlich hinkriegen und da brauche ich halt verschiedene slots die ich da ja belegen kann normalerweise bewusste ich auch ja ja ist okay die erzsamleiten noch packen sie ist ja aber jetzt müssen sie halt zurück jetzt müssen sie einfach zurück jetzt müssen sie zurück und so reichen den fädels einheit bereit alt hat es so eklat so ich könnte aber rein theoretisch von hier oben anfliegen das heißt ihr war fangt euch erstmal da erst waren die retten heimat runter mit dir und drauf mit dir und dann haben sie ein panzer ein ding gekriegt hat das ist natürlich ein bisschen kacke so jetzt haben sie alt hat diese pimmelköpfe alter dieser ollen kontrolleure sind halt so nervig ich weiß nicht ob ihr ob wer was nur noch hat oder wie auch immer zack da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen hatte ich nicht drei doch da war neun so bis jetzt sieht ganz gut aus weil nachbauen können die typen nichts mehr ich brauche nur dass du den dingen sie kaputt machen wer schießt denn die ja ist aber okay dass es sollte trotzdem ganz gut ausreichen dann machen ziehen wir uns zurück dann gehen wir da drauf wenn jetzt ein der ein oder andere drauf geht na gut ist ja natürlich pech aber wir haben zumindest erst mal ein grob bisschen was weg das heißt die können rein theoretisch nicht nachbauen hoffe ich zumindest so und ihr kommt jetzt weg damit ist der erste angriff eigentlich okay gewesen und dass die jetzt dahin wollen ist natürlich komplett in ordnung ist natürlich komplett klar dass die da die kohlen haben wollen da sind meine panzer aber gerade nicht stark genug für um da gerade irgendwas gegen auszurichten so du hast jetzt zwar noch mal was also keine chance obwohl man kleine chance habe ich schon unter beschuss das war richtig dumm mit dem bau zu verkaufen aber so können wir vielleicht ein bisschen ja vielleicht versuchen irgendwann zu machen nehmen wir in denen den ding ins krieg krieger wieder muss ich wahrscheinlich noch mal neu laden genau der volle wird mir jetzt einmal ripp gehen das war knapp holy shit haben jetzt was nachgebaut nein aber hier oben scheint wohl noch irgendwas zu sein sieht aber nur nach leuten aus was für mich eigentlich in dem moment kein problem sein sollte alter du musst erstmal komplett repariert werden ich müsste da oben hin irgendwas machen aber die sind gerade nur am nerven aber panzer und sowas kommen halt nicht nach was was für mich super ist was für mich halt echt top ist dass da in der hinsicht zumindest nichts mehr nachkommen ja ich weiß es war bumm den dingen zu verkaufen aber hey was soll ich gemacht wenn ich mich verklickt dann ist es halt nur so so jetzt kommen sie halt nur noch irgendwie mit leuten solange sich nicht nur noch mit panzer oder so was kommen habe ich kein problem mit bei den könnte ich halt oben den ganzen kram schon mal sichern so dass meine panzer meine sammler hier oben ganz entspannt was machen können so ist okay hier vorne steht ja oder fängt ja immer noch ein bisschen was an einsatz speichern ich werde so viele dinge haben ist unfassbar die mission ich habe keine ahnung wie lange ich schon aufnehmen ich glaube mit 13 uhr oder sowas habe ich startet jetzt bin ich schon bei 14 uhr ich nehme jetzt eine stunde 18 auf und das waren halt drei oder vier vergebliche suche vergebliche versuche hier überhaupt irgendwas zu machen und die gehen halt nur noch auf leute das ist halt so geil man es ist so cool nur gegen leute noch zu kämpfen So das heißt wir können Mehr oder weniger eigentlich hier ganz entspannt jetzt ernten lassen ich habe gerade gespeichert das heißt hier Abfahrt da oben hin Ich werde mir auch mbf schon mal holen neues dass ich mein bauch dass ich mein bauchhof wieder bekommen ich hoffe dass ich mich hier irgendwo aufstellen kann Da oben sollte eventuell nur eine tesla spule sein wie gesagt ich habe die mission hat nur jetzt schon mal geschrieben gespielt geschrieben genau gespielt Die können sich selber da Ja Begleiten auf jeden fall Und jetzt werde ich auf jeden fall ordentlich kohle bekommen das ist schon mal super mein gott alter ich hab's ich hab die mission endlich Bekommen unter kontrolle bekommen alter ansonsten wirst du ja nie her der sache wir haben jetzt maximal nur noch keine ahnung irgendwo vielleicht noch Einfache kaserne Den eisernen vorhang können sie vergessen ich bekomme die kohlen ohne ende aufgrund meiner drei sammler die jetzt krasses Erzter gesammelt haben ich bekomme ein bauhof wieder Und da das läuft jetzt auf jeden fall mega ist sehr schön Das wird jetzt auf jeden fall ordentlich scheppengrad gleich in die kasse Oh Mann oh Mann Das war auf jeden fall eine sehr sehr schwere geburt hier gerade Holy shit alter holy macaroni Das war krass So Euch Dir spendiere ich sogar noch mal eine reparatur Einheit bereit Erzter gesammelt unter beschuss Erzter gesammelt unter beschuss Erzter gesammelt unter beschuss Oh ihr habt sogar noch mal ein paar panzer ok Das heißt ist ok Erzter gesammelt unter beschuss Reparatur läuft So Neue bau optionen Zag Produktion Erstmal noch ein paar panzer bauen Ich weiß ich habe noch Oh okay sind noch mal rechtzeitig das heißt so und so sorry kuh aber der dud muss da weg einmal bitte euch alle einmal reparieren so mein gott okay das heißt wir haben doch noch irgendwo was was halt ein bisschen ätzend werden kann oder könnte aber gut und er wird jetzt so repariert das heißt kein problem habe ich verstanden das heißt theoretisch brauchen wir hier oben nur noch ein bisschen ablocken und den passen unten ja nicht ganz so wichtig die weg das einmal bitte noch mal zweite werkstatt hätte ich ganz gerne dass ich meine panzer da wieder flott machen kann man so erst mal einen vierten sammler wo stehe ich nicht jetzt noch hin ich überhaupt neue platz für dich ja drunter mal bitte dahin einmal komplett einmal stoppen bitte so ihr seid komplett voll das heißt ihr geht dahin na gut passt schon naja der jetzt ist es halt einfach nur noch eine sache wir müssen halt entspannt irgendetwas machen äh alter so bevor die zu uns kommen werden wir hier mal müssen wir drauf jahren obwohl 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 wartet mal ich habe eine idee wir haben sich ja mehr oder weniger wieder repariert was ich eigentlich relativ geil finde das heißt wir werden das ding da mal angreifen so wir kriegen ja mal ein bisschen kohle und alles drum und dran verloren